Wie das aussieht, als ob Pinseln mit deiner riesen Maske. Ja, willst du auch mal gleich Pinseln? Muss nicht unbedingt sein. War ja nur ein Angebot, ne? Ich bin jetzt ein Leuchtturm. Oh, äh, schreib's einfach Hallo. Okay. Und ich hab's geschafft! Ja, da ist... Ich hab jetzt ein Schädel gefunden. Krass. Und ich finde, wir haben Schädel. Ich mag die Karte. Ich hab keine Facken. Ich hab auch gerade keine machen. Ist das was denn? Was denn? Ah ja, geil! Das ist gepixelt. Ein Miniaturewunderland. Oh, hier sind auch Roboter, ne? Roboter töten. Die bringen teilweise diese Elektronik-Sachen. Jackpot, jetzt haben wir echt Jackpot. Das ist gut, dass ich mich gerade eher nicht für Roboter, sondern eher für Häuser. Ist ja voll lustig, wenn hier so kleine Raupen noch leben würden oder so. Die laufen da oben an der Oberfläche rum. Aber die Roboter bringen auch einen kleinen Kampf ab. Was das große Ganze ist. Das wird nur keine große. Ja, das sind zwei Einzels. Die greifen halt ein. Den muss ich mich gerade hinbauen. Die greifen doch eh an. Glaube ich zumindest. Ich greife vorher sie an, bevor sie nicht ergreifen. Das Zeug muss mitgenommen werden. Ich habe keinen Plan, wo du hingegangen bist. Guck auf den verdammten Pfeil. Ja, das ist klar. Aber selbst da ist ein bisschen schwäger. Ja, wo ist der Ronyweg? Ich muss erst mal wieder nach unten gehen. Dann ist der Weg irgendwie anders. Okay. Okay. Warum gibt es das eigentlich? Kleine Häuser unter der Erde. Frage ist noch mehr. Warum gibt es die nicht? Ich sehe einen Roboter. Oh, er zieht auf mich. Ah! Oh! 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 Ach, doch nicht ganz süß. Was? Oh! чикl Oh! Ist auch immer das geworden. Wir müssen keine Knopf und blöckern. Naja, so wirklich hasen die nicht, ne? Nö, sind sie auch nicht. Ich glaube, dass die wieder schon einen kleinen Kampf netten. Und du hast den nicht verknüpft, ne? Ja klar. Also, ja klar, vergesse ich das. Ähää, wo ist der Ausgang? Ich glaube, da unten warst du gerade. Hallo. Hallo. Auch wieder da. Ja. Alter, hier gibt's nichts zu sehen für dich. Achso, nee, ne? Achso, nee, ne? Okay, du nützt einfach gar nichts mit. Da, mein Zeug, das gibt's nicht. Jetzt sterbe ich schon. Gehst du bitte weg? Ich hab dir nichts. Ich hab dir nichts. Nee, ich... Uuuuh. Kacke. Alter. Alter. Ich bin fast down. Ich bin fast down. Ich bin fast down. Fuck. Hey, grüne Kiste. Kacke. Ich hab dir nur noch ein HP gehabt. Das ist echt nicht mehr schade. Was ist das? Und bei mir ist echt nichts mehr. Ähm. Ja. Hier unten wäre ein Fossil zum Ausgraben für mich. Ja. Gut. Die Tür war bald. Ja. Ja. Na gut. Du wirst deine Anfassung holen. Ja. 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 Dann... mal das gemacht haben und es gut gehen. Also ich wäre mal so für... ... dass wir mal eine Aufnahmepause machen. Und dann nicht dafür. Ich bin echt langsam hier fertig. Wir haben jetzt seit mehr als... ... circa 6 Stunden aufgenommen. Glaube ich nicht. Doch, kommt ungefähr hin. Seit 17 Uhr. Und wir haben jetzt 0 Uhr 14. Mit einer Unterbrechung vom Essen... ... circa 2 Stunden. Naja, noch nicht mal. 2 Stunden noch nicht. Naja, 1 Stunde vielleicht. War nicht mal 1 Stunde. Also haben wir mehr als 6 Stunden aufgenommen. Und ich war die ganze Zeit noch da. Du warst dann weg. Ich nicht. Alter. Okay, jetzt muss ich hier lassen. Jetzt kann ich es noch mal wieder gut machen. Jetzt kann ich es noch mal machen. Jaaaa. Komm mal buddeln. So. Den Dickenhammer. Ohh. Fuck. Du gehst dich schon. So. So. Jetzt wir jetzt hier. Gold nicht genommen. Hey, hier ist ja noch ein Mitteralpen, noch ein Bohrer. Oh nein. Tadah. Chris, ich hab hier so ein Geist. Ja, ich bin grad mit dem Vorgang, warte, ich komm gleich. Ich kann grad nicht raus. So, wo bist du? Ich bin hier oben. Die ist so ein Geist. Mit der Schusslauffe umbringen. Ja, aber... Ja, hier ist so ein Ding. Ich hab so ein Teil bekommen. Kryonik-Extrakt. Dann machen wir gleich auch einen... Ölschrank. Ja, dann sollten wir uns warten, weil ich hab nämlich genug Lebensmittel, die noch haltbar sind. Glaubst du, wir finden die irgendwann wieder raus? Ich weiß es nicht. Bist du schon auf dem Weg nach draußen? Ja, ich komm langsam hoch, aber ich find hier wieder Sachen. Ich find auch die ganze Zeit noch was. Und zwar diese, äh, Kristalldinger. Die wir gleich brauchen für... Hey, ich bin schon an der nächsten Ebene. Hier oben sind die Häuser wieder. Wo treibst du dich rum? Ach, genau, unter mir. Warte mal, ich bin mal so nett und buddel dir meinen Weg nach unten, ja. Willst du? Nein. Oh, fuck. Ich bin schon mal, ich bin schon mal. Das war's für heute. Ja, hier war so ein beschissener Geist. Ich weiß ja nicht, wie ich hier rauskommen soll. Ich weiß ja nicht, wie ich hier rauskomme. Oh, wie geil ist das denn? Was dann? Ich höre gerade richtig geile Mucke. Ich glaube. So Elektromucke. Ich bin fast wieder draußen. Ich habe ein bisschen was vor mir. Oh, ich habe gerade irgendwie eine Kiste aussehen. Ich bin fast wieder draußen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020